So, da sind wir wieder. Und wir wollten uns da oben weiter umgucken und dann später nochmal ein Ahr reinspringen, um zu gucken, ob es noch einen zweiten Ausgang gibt. Aber, first things first. So, also die Druckplatte macht schon mal die Falle da. Und die Druckplatte hier? Was machst du? Wahrscheinlich irgendwas, was wir noch nicht sehen können, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Also gut, merken wir uns die obere Druckplatte mal. Hier haben wir gleich noch eine, die umgehen wir einfach mal. Oh. Das war doch norschig. Kam auf jeden Fall unerwartet. Okay, das hat uns jetzt nicht wirklich aufgehalten, aber es war schon stylisch. So eine Art Alarmanlage, wo die Wachen gerufen werden. So, können wir das nochmal? Nee, die Wachen sind wohl alle. Stein. Stein. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass je weiter wir im Spiel kommen, desto mehr Steine braucht man pro Druckplatte. Da reicht nicht mehr unser magischer Sack. Achso. Musst du nur einmal auftreten. Na, umso besser. Noch viel, viel mehr Druckplatten. Erstmal... Kiste aufmachen. Ein Amethyst-Hex-Schlüssel. Der ist pink. Wir haben ein blaues Schloss und so ein schlangenartiges Schloss. Aber das war nicht pink, oder? Hm. Na gut, wird erstmal eingesackt. Was haben wir noch? Eine Blockfigur. Sehr schön. Davon kann man nie genug haben. Oh. Und... Es gibt noch mehr Mana und das war's. Habt ihr euch langsam ausgetobt? Nee, anscheinend nicht. Heiltrank, Heiltrank und alle. Ja gut, das war doch ein schöner Raum. Wirklich schlimm fand ich ihn jetzt auch nicht. Also klar, es waren überall Fallen. Die Druckplatten haben die Fallen ausgelöst. Aber, äh, wie ihr sehen könnt, haben wir nicht mehr die Hälfte unserer Lebenspunkte verbraucht. Heilen mussten wir uns auch nicht. Also, ja. Aber gut. Äh, kurz abspeichern, damit wir unseren Mana-Trank trinken können. 74 A. Und alles unter 50 wird neu geladen. 47. Hatten wir das nicht letztes Mal auch schon? Und... 55. Ja, ist doch gut. Ähm, 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 Windzauber nur für den Fall. Auch wenn die Platte ja echt lange nicht da ist. Aber trotzdem. Sicher ist sicher. Und eventuell kommt danach ja noch irgendwo eine Fallgrube. Unterwegs immer schön auf flackernde Wände achten. Aber hier ist nix. Wie deine Kampfkröte. Die Sterre-Animation ist echt zu cool. Ah, und hier passt unser pinker Schlüssel rein. Ha. Und hinter der pinken Tür ist ein Kupferner Sonnenschlüssel. Na gut. Sowas finde ich immer komisch, wenn man Schlüssel bekommt. Nur um seine Schlüssel zu bekommen. Da hätte man sich doch den einen Schlüssel sparen können, oder? Aber na gut. Wir müssen wieder zurück. Ganz schnell, bevor der Zauber aufhört. So, wo geht's jetzt noch lang? Wir müssen noch irgendwie hinter die Tür da kommen. Die war direkt beim Eingang. Die wird ja wahrscheinlich hier irgendwo hin. Und wir müssen hinter die Tür kommen. Und ich wollte auch gucken, was der Teleporter da macht. Gehen wir zuerst mal zum Teleporter. Obwohl, die Druckplatte hier machte irgendwas. Das würde ich noch ganz gerne austesten. Also, kurz die Karte angucken. Mit dem Bildschaft ein rechtes Abspeichern. Okay. Und ich sehe nichts Wichtiges, was sich verändert hat. Also, ich habe mir nur die Tür gemerkt und die Tür da. Aber ja, auch hier ist nirgendwo was aufgegangen, wovor wir nicht waren. Also, einfach rechts rum, da lang und auf die Tür. Auf die WE zukommen. Irgendwann ist es recht langwaltig. Gang folgen. Gang folgen. Und jetzt müssen wir auf die Tür kommen, die wir aufkriegen wollen. Okay, Gang weiter folgen. Zack. Die Tür wollen wir aufhaben. Ist hier irgendwo ein Schlüsselloch? Ne, ich glaube, das war eins der Probleme, das wir hatten. Hier ist es war eins, aber es war für die Tür. Oh, da war ein Schlüsselloch. Aber das wird für irgendeine andere Tür gewesen sein, oder? Gucken wir mal, haben wir einen silbernen Schlüssel? Ne, haben wir nicht. Also, wir haben zwar einen, aber der hat nicht die richtige Form. Da braucht man den mit dieser Öse oben dran. Hm. Okay, dann vielleicht irgendwo eine Geheimwand. Nirgendwo was am Flackern. Ne. Schade. Andere Seite. Vielleicht von dem Raum hier in den anderen Raum. Wäre eine gute Möglichkeit. Aber hier flackert nix. Irgendwo vielleicht ein Schalter. Obwohl es komisch wäre, wenn in der Kaserne ein Geheimschalter ist. Da kann ja jeder Soldat aus, was ich mal rüber stolpern. Und das gemeine Volk soll ja gefährlichst nicht in irgendwelche Geheimräume reinkommen. Ne, aber hier ist auch nix. Schade. So, wieder draußen. Also, die Tür kriegen wir so nicht auf. Der, die Druckplatte da machte nur den Teleporter an und aus. Und davor war ein Stein. Das war recht komisch. Na gut, springen wir nochmal in A rein und gucken, ob es ein AA2 gibt. Und es gibt kein AA2. Also, ich schreibe jetzt einfach AA2 drunter, damit finde ich hier nachher nicht nochmal dahin laufen. So, hier sind noch zwei Türen. Wo nur Altäre hinter sind. Und hier vorne ist der Schlangenschlüssel. Passt da unser Kopf von der Sonnenschlüssel? Passt nicht. Das muss der falsche Schlüssel sein. Ne, passt nicht. Und der wird auch nicht in das Blaue reinpassen. Das wäre komisch. Wo ist das Blau Dingens? Da. Ne, so Schlüssel hatten wir früher schon mal. Passt nicht. Das muss der falsche Schlüssel sein. Ja, das wird der falsche Schlüssel sein. Gut. Dann springen wir jetzt hier in den Teleporter. Gehen zu dem Teleporter. Versuchen da die Tür irgendwie aufzubekommen. Entweder mit der Druckplatte noch ein bisschen rumspielen. Oder hier. Weil die Druckplatten haben ja die Wände hier hingeschoben. Und vielleicht müssen denn die Steine da drauf. Und wir auf irgendeiner dieser Druckplatten, damit die Tür da aufgeht. Irgendwo so in der Richtung wird das schon sein. Also. Tapp, tapp. Tapp, tapp. Das war auch die Abkürzung, die wir vorher genommen haben, um zum Zwerg zu kommen. So. Hier ist die Druckplatte. Die hat anscheinend nur eine Falle ausgelöst, die von uns weg... Oh, die Tür ist offen. Oh, die Tür ist immer noch offen. Das ist doch schön. Ja, ein bisschen Magie-Schaden ist egal. Wir sind weitergekommen. Das ist viel wichtiger als irgendwelcher Magie-Schaden. Und nur eine Kiste. Das war bestimmt jetzt ein Schlüssel drin, den wir brauchen. Haha, Perlmutz-Schlangen-Schlüssel. Die haben sich echt was einfallen lassen mit den ganzen verschiedenen Schlüsseln. Ja, noch mehr Magie-Schaden ist uns vollkommen egal. Wir wollen nur in den Teleporter reinspringen. Zurück zum anderen Eingang. und den Schlüssel ausprobieren. So. Falsche Richtung. Wo sind wir? Vollhauser Notizen sieht man gar nicht mehr die Karte. Hier. Perlmutz-Schlangen-Schlüssel. Und ein Teleporter und ein sprechendes Gesicht. Was hast du zu sagen? Bist du tapfer? Hast du Mut? Willst du die Mitte sehen? Ist deine Absicht wirklich gut? Dann darfst du weitergehen. Bist du tapfer, hast du Mut. Willst du in die Mitte gehen? Das ist dann wahrscheinlich hier. Und da er Mut und Tapferkeit erwähnt hat, werden wir wahrscheinlich kämpfen müssen. Also, Schild in die Hand. Einmal abgespeichert. Drüber gespeichert. Und du bist jetzt, bei welcher Nummer sind wir? Buchstaben? Oh, B erst. Na gut. Du bist jetzt B. Keine Gegner, dafür rollende Steine. Und gleich eine flackernde Wand. Ähm, ähm, ähm. Okay. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Äh, wir sind hier irgendwo in einen nicht markierten Teleporter gesprungen. Ich glaube, das war da. Machen wir da mal ein C draus. Und schreiben hier. Nein, nicht die Lautstärke. Pegel. Und schreiben hier drin C Ausgang 1. Und schauen. Und da sind Dreher. Ich hasse Dreher. Vor allem, wenn sie uns in den Teleporter reinschubsen. Oh, da ist das C. Na, egal. Wir wissen, was gemeint ist. So, wir sollen uns mal heilen. Ähm, 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 ähm. Ich hätte echt gerne den Windzauber hier in der Reihe mit drin. Weil jetzt müssen wir zwischen Heilzauber und Windzauber hin und her blättern. Aber na gut. Ich warte jetzt, bis der Stein vorbei rollt. Und gucke dann mal nach da links, was da so ist. Da ist noch ein Teleporter. Und noch ein Teleporter. Du bist jetzt D. Wir stehen in der Tür. Okay, D. Warum kann ich da nichts schreiben? Achso, D Ausgang 1. Gehen wieder da rein. Komm wieder da raus. Gehen wieder in dem Stein hinterher. Und gehen diesmal. Ups. Wir sind diesmal in E-Reingang aus Versehen. Und sind auch wieder da rausgekommen. E-Ausgang 1. Und hier ist wieder ein Dreh, ja. Ein ganz gemeiner. Ich will nicht in den Teleporter. Ich will da links rum. Ich will da... Na komm. Also, als wenn diese Dreh ja nicht schon nervig genug alleine wären. Dann führen sie auch einen noch direkt in... ...einen Teleporter rein. Oh, der Teleporter geht auf und zu. Hm. Und wofür bist du da? Hm. Reicht ein Stein? Zwei Stein? Wenn es mehr als zwei Steine braucht, dann will ich die nicht. Funden ist auch noch eine Druckplatte, die wir nicht aktivieren können. Was soll denn das? Sind wir zu leicht für die Druckplatte? Anscheinend. Hm. Skurril, skurril. Ne gut, erforschen wir weiter das Gebiet hier. Hinter dem Stein. Oh, Kisten. Schön, schön. Heiltrank, Heiltrank und das war's. Ja, ganz nett. Aber... Eigentlich würde ich gerne lieber Gegenstände haben, die uns hier in den Dungeon weiterbringen. So. Schnell ausnutzen, dass der Stein gerade vorbeigerollt ist. Ähm. Sind wir gerade rückwärts? Ne, da wo wir standen, ist plötzlich ein Teleporter aufgetaucht. Was ist ja auch nicht schlecht. So. Der hier führt dann auch hier hin. F A 1. Also ich glaube, das ist langsam sicher anzunehmen, dass alle Teleporter hier in dem Bereich uns einfach immer dahin teleportieren. Und der Teleporter bringt uns zurück zu dem da. Ne, der bringt uns zurück zu dem, der auch. Heißt, wir müssen nur dafür sorgen, dass wir hier nicht in den Dreher reinkommen. Da und da sind Dreher. Vorher auch schon. Einfach durch wüstes Klicken gegen Anarbeiten geht auch nicht. Außer, dass er dann ganz viele Bewegungsmuster im Puffer hat, die er abarbeitet. Wie man gerade sehen kann. Und das sieht schmerzhaft aus. Heilung. Na gut, speichern wir ab, machen wir einen Cut. Und in der nächsten Folge versuche ich verzweifelt gegen den Dreher hier anzukämpfen. Was echt nervig ist. Falls einer von euch da einen Tipp hat, wie das einfacher geht, bitte bitte sagen. Weil da kämpfe ich jetzt schon seit über 80 Folgen an gegen sowas. So, 75 A. Und wir sehen uns gleich wieder. Und wir sehen uns gleich wieder.